Das sind die Luftbildaufnahmen vom Vernichtungslager in Auschwitz, aufgenommen von der US-Luftwaffe. Der Präsident der USA wusste spätestens im Juni 1944, was in diesen Lagern geschah. Das Pentagon wusste es und das State Department. Zwei Bomben. Eine auf Krematorium 2, eine auf Krematorium 3. Die Tötungskapazität von Auschwitz wäre um 75% dezimiert worden. Leichen verbrannt in alle Himmelsrichtungen. Krematorium 2, Krematorium 3, zwei Bomben.